Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute nehmen wir euch mit auf eine faszinierende Reise, die im Stillen beginnt und in voller Pracht erblüht. Stellt euch vor, ein winziger Samen, unscheinbar und klein, wirkt das Potenzial für eine prächtige Pflanze. Was für eine erstaunliche Transformation. Seid ihr bereit, das Geheimnis dieser Reise zu entdecken? Dann bleibt dran! Jede große Reise beginnt mit einem ersten Schritt und im Fall einer Pflanze ist dieser Schritt der Samen. Der Samen ist nicht nur ein winziges Körnchen, sondern ein wahres Wunderwerk der Natur. Er enthält alles, was benötigt wird, um neues Leben zu entfalten. Doch was passiert, wenn der Samen in die Erde fällt? Lass uns gemeinsam eintauchen. Der erste Schritt auf dieser unglaublichen Reise ist die Keimung. Wenn die Bedingungen stimmen, das richtige Maß an Feuchtigkeit, Wärme und Licht, beginnt der Samen seine schützende Hülle zu durchbrechen. Es ist ein zartes, aber kraftvolles Aufeinandertreffen von Leben und Erde. Und hier beginnt die Magie. Aus einem kleinen Samenkorn entwickelt sich eine zarte Wurzel, die sich in den Boden gräbt und nach Nährstoffen sucht. So beginnt die Wachstumreise der Pflanze. Diese Wurzel ist nicht nur ein Anker, sondern auch ein Lebenselixier. Sie saugt Wasser und Nährstoffe aus der Erde auf, die für das Wachstum unerlässlich sind. Gleichzeitig bricht der Spross durch die Erdoberfläche und strebt dem Licht entgegen. Dies ist der Moment, in dem die Pflanze zum Leben erwacht. Jetzt, wo die Pflanze das Licht erreicht hat, beginnt die nächste Phase ihrer Entwicklung. Mit der Photosynthese verwandelt sie Sonnenlicht in Energie. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Pflanze nutzt das Licht, um ihre eigene Nahrung herzustellen. Das ist nicht nur beeindruckend, sondern auch entscheidend für das Überleben unserer Erde. Denn ohne Pflanzen gäbe es kein Leben, wie wir es kennen. Doch die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Mit jeder neuen Blätterschicht wächst die Pflanze weiter und weiter. Sie entwickelt sich, verändert sich und passt sich ihrer Umgebung an. Die Wurzeln graben sich tiefer in die Erde, während die Triebe höher in den Himmel wachsen. Es ist ein wunderschönes Beispiel für die Resilienz und Anpassungsfähigkeit der Natur. Aber was macht eine Pflanze wirklich einzigartig? Es sind die Blüten. Die Blüte ist der Höhepunkt dieser erstaunlichen Reise. Sie bringt Farben, Düfte und Leben in unsere Umwelt. Die Blüten sind nicht nur schön anzusehen, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle im Ökosystem. Sie ziehen Bestäuber wie Bienen und Schmetterlinge an, die für die Fortpflanzung der Pflanzen unerlässlich sind. Und nun stellen wir uns die Frage. Was können wir aus dieser Reise lernen? Die Entwicklung einer Pflanze lehrt uns Geduld, Wachstum und die Bedeutung von Nährstoffen. So wie eine Pflanze Zeit braucht, um zu gedeihen, brauchen auch wir Zeit, um uns weiterzuentwickeln. Jeder von uns hat das Potenzial, zu wachsen und zu blühen, egal wie klein oder unbemerkt wir zu Beginn erscheinen mögen. Zum Schluss möchten wir euch ermutigen, diese Reise selbst zu erleben. Pflanzt einen Samen, beobachtet wie er wächst und erlebt die Magie der Natur hautnah. Schaut, wie aus einem kleinen, unscheinbaren Samenkorn eine prächtige Pflanze wird. Ihr werdet nicht nur die Schönheit des Lebens entdecken, sondern auch das Wunder der Natur wertschätzen. Danke, dass ihr heute bei uns wart. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, um mehr über die Wunder der Natur zu erfahren. Teilt eure eigenen Erfahrungen mit Pflanzen in den Kommentaren. Welche Pflanzen habt ihr schon einmal angepflanzt? Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, jeder große Baum war einmal ein kleiner Samen.